Hallo YouTube, da sind die Karmajäger wieder zurück. Wir sind an Tag 26 und mit dabei ist Regenbogenmaus. Äh, Servus. Und der Desproni... Großes X. Ja, hallo. Und der Proximus Internet-Fresh-Up, PC-Fresh-Up. Boah. Na, wenn. So. Ja, wie gesagt, Tag 26. Ich will über den Namen gar nicht antworten, Alter. Die drei machen hier gerade Innenausbau, ich muss mich gerade so ein bisschen orientieren. Naja, solange man sonst mit den Händen in der Hosentasche dasteht. Ist ja Tag, aber auch nicht. Ja, eben, aber wir haben ja eben erst angefangen. So wie so ein Stein für Cement. Genau. Wow. Gut. So. Mal gucken. Ich verteile meinen Namen jetzt mit. Aber trinken. Oh. Ich war ein guter Anfang. Hehehe. Ahem. Sehr schön. Gut, ja. Tag 28 kommt hier, oder? Föhrwerkzeug machen. Proxy, oder? Ja. Müsst noch was drin liegen, oder? Hab ich da. Ja, eine. Ein, zwei. Ich nehme mal die 300er angekrabbelt und mache meine damit heilen. Ist das schön. Kann ich nicht mehr. Sehr richtig schön hier draußen. Frischluft. Keine Zombies. Ich sag schön und keine Zombies. Dann kommt Zombie. Hehehe. Ein Zombie. Ich will was zu tun. Was müssen wir denn jetzt noch machen? Hoppala. Ist ja nicht mehr lange. Gott, Alter. Warum legt jetzt auf einmal bei mir so? Und um eine Wanderhorde? Ich sehe keiner. Einer. Könnte natürlich sein, weil ich gerade rausgegangen bin und das neu näht. Also, und das alles hier draußen näht. Oh, die Truhen sind alle noch vor mir, ne? Nee. Nur die eine? Nein. Ich glaube, zwei sind voll dort. Jo. Wollte ich vielleicht mal runterbringen, ja? Ich komme jetzt gerade erst mal hoch. Ich leg mal noch eine Pick-Ex rollen. Das müssen wir alles noch tun vor der Rade. Wir müssen die normalen Spikes wieder aufstellen, ne? Mhm. Und ein bisschen reparieren. Jo. Okay. Ich muss weiter bauen, weil ich habe einen neuen Bunker angefangen. Ah, ja. Ah, ja. So, jetzt haben wir schon mal 10.000, äh, Steine. Ah, nicht alles leer. So. Was wollte man noch machen? Irgendwas wollte man noch machen. Wir hatten hier draußen ja jetzt auch einen Zugang nach unten, ne? Ja. Genau. Ja. Warte. Das könnt ihr mal. Trinken und essen ist immer gut. Wupp. Wupp, wupp. So, was haben wir denn da? Ne, es kommt noch 2-3-1-Klamm. 55. Ach so. Darum kackt man das Spiel nach 10 Minuten ab, Alter. Ich verstehe es nicht. Da gibt es einer. Ah, ich brauche nur noch ein paar Punkte. Ich wollte leveln. Hey. Wie war das? Wer hat nochmal diesen Zugang hier gebaut? Was, wo? Welchen Zugang? So, Richtung unserer neuen Verhause. Du meinst den, der so schön winklig ist? Äh. Was, unter Tage? Ja, die sind auf und ab. Boxen. Das, boxen ich. Auf und ab. Das hört sich ja fast schon sexistisch an. Rauf, runter, links und rein. Besser als jedes Karussell. Ja, ne? So, ich mache dann schon mal noch ein paar Stacheln. Was denkt ihr, wie viel wir brauchen? Genug. Keine Ahnung. 100. Ich wollte gerade weiter, braucht man mehr. 100 sind immer gut. Auf jeden Fall genug. Also, jetzt. Echt? Jetzt, ich lasse mal 60 und holen nochmal schnell ein bisschen Holz. Ich muss noch 5 Level machen vor der Horde. Ah, da runter. Ich brauche Punkte, Punkte, Punkte. Wir müssen das auf jeden Fall noch ändern. Punkte, Punkte, Punkte. Das kann man ja schön in der Nacht ausbauen, noch alles. Hatten wir hier jetzt irgendwo ne Kiste zu entmüllen? Ähm, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. Haben wir es zwei Wochen hier? Das war aufgenommen drin. Dann mache ich einer in die Müllkiste irgendwo hin. Hier, unten war keine Müllkiste. Ja, okay, bei mir rucket gar nichts im Spiel. Also, offiziell habe ich 60 Frames, aber... Boah, ich habe gerade 52. Nee, ich habe ständig Stammbäder. Ähm... Das ist echt Ligerend für die Ausnahme. Richtig geil. Okay. So, ich habe im Stream und... Ne, im Stream auch nicht. Im Stream und im Spiel auch keine Rucketans. Nur eben, als ich rausgegangen bin, einmal ganz kurz ein Messer. Ich habe gerade nur Startbilder, keine Ahnung. Ne? Bei allgleichen steh ich ja gerade nur bei mir. Guck mal bei deinem OBS, ob du da Frame-Einbrüche hast. Wird ganz unten runter verworfene Frames, so und so viel Prozent. Null Prozent steht bei mir. Dann müssen wir an den Einstellungen jemanden noch mal fallen. Okay. Soll du die mal im... So ein bisschen im Blick haben. Ob das so bleibt, oder ob sich das vielleicht erst einspielen muss. Hm. Ah, gut. Was brauchen wir denn? Ähm... Einträume? Ja, Lüthia. Müssen wir dann halt mal gucken. Aber, ich sag mal, ist ja schon merkwürdig, dass es bei mir ist und bei Aldor nicht. Deswegen deutet es ja vielleicht doch eher darauf hin, dass es an meiner Aufnahme liegt. Ja, es muss irgendwann in Einstellungen landen. Weil wir ja auch nicht hundertprozentig die gleichen haben. Müssen wir mal gucken, was da so ist. Hast du jetzt das ganze Zement oben? Kein Zement mehr. Zementlöschung hast du alles oben? Nee, das ist unten. Kein so Zement. Ich hab gerade mal 1200 Einsteck. Mehr hab ich nicht. Ja, mehr haben wir nicht. Hier richten wir alles noch mal hin. Das ist doch echt gut. Der Heda ist von hier gar nicht, Alter. Oh, ey. Ist da ein schönes Hallo zugehört. Nee, danke, Lüthia. Ist alles in Ordnung. Machen wir da jetzt keinen Stress. Ich hab die Frames vergessen. Nur möchte ich es ja auch für deine Augen angenehm haben. Oder potenzielle andere Zuschauer. Ach ja, und für YouTube. Falls es euch wundert, dass ich jetzt auch so mit imaginären Freunden quatsche. Bin halt auch am Streaming jetzt. Hallo, IG. Schön, dass du da bist. Gibt da noch irgendwer unten und hat Lust drauf zu kommen? Ähm, was hab ich mitgebracht? Äh... In der Schmiede hab ich River Frames angestellt. Die 211 Stück. Ja. Hab ich vergessen, es mitzuholen. Nehm mich mal drauf. Doch, ich wollte ja sowieso oben, äh, die Spikes und so reparieren, die jetzt noch da sind. Aber wir haben Zombie-Raspon in der Stadt. Juhu! Ich hab drei erledigt schon. Komm, ich gleich schnell mal. Geht weg bei unten im Ausstieg. Boah, da kommt ne Horde. Loll. Warte, jetzt bin ich gerade unten, ey. Ah, ich komme nicht, komme nicht, komme nicht, komme nicht, komme nicht, komme nicht. Ich komme gerade dran. Port ist gut. Altes Haus. Altes Haus, das ist nicht gut. Oder wäre ein Schlumpf. Grüß Wetter gewesen. Da sind schon 10 an mir vorbeigelangt. Oh. An dir vorbei? Du musst die eliminieren. Gleich am... Das versucht er ja. Gleich am alle einsammeln hier. Novell, danke für den Resort. Dann kannst du ja jetzt auch dein Schlumpf-Symbol benutzen. Oh ja. Jetzt haben sie die ganzen Spaß ohne mich hier. Das geht aber nicht. Ich komme. Nö, ist nix mehr. Großartiges da. Nicht? Ach so, da hinten. Ein paar sind hier noch, ja? Ja, ja, aber die waren, waren halt schon straight away da hinten hin. War doch ne Wanderhorde, was bei dir so ruckelt, Alter. So. Na ja, da bist du unser Frühwarnsystem. Frühwarnsystem. So, jetzt geht's grad wieder. Komischerweise. So. Hörtchen in Ehre. Ja, das ist ja jetzt noch nicht so wirklich viel. Darf mir niemand verwehren. Ja, ich lass den Scheiß jetzt aber liegen. Loot gibt's eh einen Null da drinnen. Ich will jetzt weiterbauen. Ich hab auch nur einmal Moe die Brett rausgeholt aus meinen drei... Die können wir noch irgendwann einsammeln. Ich glaub, die bleiben ja liegen, wenn sie Loot drin haben. Ich find, der Schlumpf sieht klar aus. Ja, ich weiß es nicht, wie lange. Aber ne Weile auf jeden Fall. Novell, kannst du mal weitergeben an Jenny? Nochmal danke für den Schlumpf. Der sieht noch besser aus, wenn ich ihn nicht poste. Oh, ein bisschen was kaputt gemacht habe. Soll man mal hier die Kisten irgendwie... Ich hab eben schon fast eine ganze Kiste mit runtergenommen. Oh. Und über dem Eingang unten hab ich erstmal eine Müllkiste hingetan. Ich hab unten noch was angestellt. Ich hab auch nur ganz wenig mit hochgenommen, um hier ein bisschen zu reparieren. Also ich glaub 800 oder so müssten auf jeden Fall noch unten durchlaufen. Echt? Ja. Und was für ein Sand, Alter. Was? Und was für einen Sand. Wir haben überhaupt keinen Sand gehabt, oder? Doch, 3000 und hatten wir noch. Ich kann sagen, da lag was drin. In der Sandkiste? Äh, in der Dingskiste? In der Kiste, ja. Alter, ich hab da einen Sand gesehen drin. Tja, der ist mega geil, der Schlumpf. Jaaa. Ja, Lüdi, würdest du mal bitte einmal Ausrufezeichen Multi eingeben? Was haben wir da? Besonders wärst, oder halt irgendjemand von den anderen. Ja, genau. Das ist nämlich der Multi-Link, der auch zu meiner netten Kollegin kommt. Ah ja. Das ist vor Ort. Wo soll ich denn das hinschmeißen? Warte gleich. Okay, dann übernehme ich erstmal den hier. Oh, wieso hatte ich eigentlich 900 Rohreisen am Mann? Hm? Du hast durchgetarscht, ey. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Bescheiden, Kleister. Ach, da ist der Sand. Ah, leg dich hin. Gestörter Terrorist wollte ich schon sagen. Terrorist. Okay, jetzt haben wir das schon mal geklärt. Sechs in die Leiche rein. Ja, sofort. Also, wir haben jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechsunddreißig tausend Steine und knapp 3000 Sand. Okay. Da ist er. Wo man nochmal zählst, das muss ich mal mal legen. In der falschen Keystick, Alter. Ja, das Zeug war oben, in der ich hatte es unten auch erst nur gesehen und das. Hab ich jetzt zusammen in oben die Kiste reingelegt, alles. Da ist Futter, wo ist Futter? Da ist Goldenrod. Ja, ist das schön. Man muss wissen, wo man gucken muss. Oh, hier ist es falsch. Also, Goldenrod haben wir genug. Kursantien haben wir genug. Pilze, Kartoffeln haben wir auch noch genug. Hätte ich fast den Belcry gemacht und wären die Spikes gelatscht. Das könnte mir hier auch noch passieren. Kleidung. Annih, bei Händler hab ich die reingemacht, die Sachen, ne? Wo ist die? Na, Schuhe. Oder wo ist die ganzen Sachen? Da steht irgendwo Kleidung drauf. Ach, da oben. Was hat Moxie-Prob-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop-Mop. Sag doch gleich Moppel-Proxy. Moppel-Proxy. Wir haben eine Symbiose aus uns gemacht. Ja. Er ist ein Moxie-Halb-Mensch, Halb-Proxy. Das hat Mausi sehr schön ansortiert da. So, was wollte ich hier machen? Außer Punkte. Punkte. Stimmt, ich war doch da hinten zugegen. Ah, jetzt weiß ich es wieder. Ich war doch in dem einen Häusel dahinten und dann wurde es Zeit, nach Hause zu kommen. Ja, manchmal... Ich war ja auch Wonderschaft und hab doch die... War das ne... Ein Betonmixer oder eine Chemiestation? Ich glaub, einen Betonmixer hab ich gefunden. Ja, genau, irgend sowas. Das war, glaub ich, kurz vor 21 noch was. Die Chemiestation haben wir ja hier gegenüber bei den Girls, Girls, Girls. Das ist richtig, aber ich bin ein eigener. Ja, macht ja eine... Okay, was soll? Würde ich gerne. Wollte doch machbar sein. Ähm, mm, 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 mm. Was haben wir denn hier Feines? Hm, Pilze, Pilze, Pilze. So, und Despo, einmal lächeln. Ese. Ja, ich glaub, das Lächeln hab ich drauf. Also, wie so'n Sonnenschein, ey. Wie der Terminator. Brun ich gleich rüber, Alter. Die Sonne ist brau hinter ihm gewesen, deswegen... Deswegen hat's gestrahlt, oder? Ja, schön, schön. Oh, sehr schön. Okay. So. Wir sind ja nicht fertig. Wupp. Ähm. Hm. Ach, da, da. Genau. Ich komm hier immer noch nicht durch, ey. Äh, mit haben wir denn da Feines. Was für ein riesiger Scheinwerfer. Wieso kann ich hier kein Glas rauslassen? Apropos Scheinwerfer und so. Ui. Elektronik. Ui. Ui, danke. Ui. Hm? Zenobia hat Geld für Käse gegeben. Oh. Wow. Hammer. Hammer. Ach, hier ist kein Clay drin. Ich durfte Nase. Uuuk. Ich hab noch geachtet. Okay, dann geht's aber nicht. Hm, 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 hm. Oh, ja. So, da wollte ich ja mal nach einer Axt gucken. Ha, die haben wir schon mal fertig, jo. So, schmelzen wir die Dämmen um. Ui, er drops. Er drops. Komm in meine Arme. Hallo, Zen. Gehen wir mal gucken, was der so hat, ne? Oh. Really? Ich wurde gerade rausgeschmissen. Ja, nicht nur du. Echt jetzt? Ach, ich auch. Okay, dann liegt's nicht nur in mir. Okay. Okay, gleich nochmal. Oh, ich jetzt auch, ja. Ja, gut. Folge zu Ende. Wenn wir wieder drin sind und die Karmajäger wieder on board, sage ich bis zum nächsten Mal an YouTube. Tschüss. Ja, äh, Tschüss. Tschüss.